Oh ja, da nehm ich auch mal abgetan. Ja, da bist du so oft gestorben. Ja, da bist du so oft gestorben. Ich hab die verfickte Schatten geklaut, ey. Ich hab die verfickte Schatten geklaut, ey. Ich kann jetzt mal aufhören hier und dauernd so... Ich bin Luca. Ich brauch meinen Schwanz. Ja, nein. Ich bin Maori und hab keinen. Du brauch einen. Wolltet mal ganz kurz. Du brauchst ihn mal von hinten, was? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich will ja nicht sagen, dass ich feststrecke, aber ich hab die Tür zugemacht. Danke, dass ihr mal kurz gewartet habt. Maury, bist du Traitor? Ja, du bist der größte Traitor. Und der größte Sucker. So. Ich muss grad mal aufnehmen. Junge, kannst du mal aufhören bitte, Frozen? Nee. Ich kann nicht aufhören, ich bin Scheicher. Ja, das stimmt. Boah, ich hab den Parkour gerade mit einem Sprung übersprungen. Alter. Ja, sonst braucht man noch zwei Sprungen, aber ich hab einfach mit einem Sprung direkt voll Hardcore. Hardcore Anus. Hardcore Anus, ey. Hardcore Anus, ey. Ja. Bunbum. Na, 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 na. Nnen, nene, nene, nä, na, 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 na. Ah. W-w-w-w-warn das noch mal, war das von Harry Potter? Ja, blubber mal, keine Ahnung, ich hab das gerade um in den Kopf drin gehabt. Dicker Wollshit. Ich muss bei mir gerade mal kurz Skype öffnen, weil Toro mir gerade was schicken will. Woran? Was? Bin ich dem? Ich weiß ja nicht, bin ich jetzt zu laut oder so? Ne, ne? Ich glaube den kenn ich nicht. Kann sein. Ne, überhaupt nicht. Wie bist du da unten reingekommen? Ich glaube wir haben mal mit dem Rosh. Hardcore, Hardcore, Alter. Kann es sein. Wo ist Rosh? Ja, mit dem Rosh. Rosh ist hier unten. Äh, was Leuchtung? 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 Ich hab noch nie das von dem Parcours. Ja, kommt gut da zum Leuchtung. Ich kann nicht woanders runter. Queitsch, 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 Queitsch. Da rum, ey. Oh, geiles All das Queitsch, da rum, ey. Also wie das aussieht. Jetzt kommt noch! Ach du bist da, ne? Hallo? Hallo? Hallo ist da unten jemand? Ja, ich hab noch nen Radar. Ach, den Parcours hast du geschafft. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich schon. Ja locker, easy. Oh fuck. Ja klar. Oh fuck! Was ist der Parcours, Alter? Ich zeig den grad zum ersten Mal. Ja, keine Ahnung. Na lang! Na lang! Na lang! Na lang! Was? Schrei bitte rum. Heißt das da ne Regen? Nein. Ach, ich leck voll. Taki? Nö. Flur hat Spaß. Geh auf den Sack. Das ist halt scheiß. Geh da nicht raus. Kauf einfach nochmal Gesundheit. Ja, was soll ich denn grad machen? Weiß nicht. Na ja, vielleicht still sind, wenn man tot ist. Ja. Ah! Ja! Wollt grad zu dir kommen. Warte mit. Oh ja! Du hast ja meine Regen gestohlen. Bus, wie kann ich die aufheben? Oh ja. Okay. Okay. Ey, zieh sogar raus du. Du schießt mit deinem Penis. Cloud ist auch drin ey! Warum spricht denn der nix? Balkos. Ich bin nicht hier. Ich zieh dir mal was rein. Flo, ich hab Shader. Wo ist der? Da oben ist er. User was moved to your channel. Owa. So, er soll die geile Nutze reden. Hey. Können wir ja da. Das geht's nicht! Das hat wohl sich bedacht. Oh mein Gott! Oh Gott, wir sind jetzt zu sieben. Wir sind zu sieben. Wir sind zu sieben. Oh mein Gott! Wir sind jetzt zu sieben. Wir sind jetzt ohne Scheiß zu sieben. Wir sind jetzt ohne Scheiß zu sieben. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt ohne Scheiß. Ich kann's auch nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich heule jetzt. Ich heule jetzt. Wir sind zu sieben. Ich glaube wir müssen das feiern. Maury, du musst es drauf gehen. Flo, bist du grad traitor? Scheiße. Nee, Spaß. Ja, auf los, grad traitor. Nein, ich bin nicht traitor. Meine Mutter hat mit mir geredet. Tut mir leid. Ich steh grad mal hier oben. Kannst du mal unter diesen in-house? Claudia schieß auf mich. Unter dem Haus. Da gibt's noch so eine Leiter oben auf das Haus. Ey, du hast mich geschossen. Mach ich schieß doch mich. Mach ich schieß doch mich. Hier kann man das Wasser hochschwimmen, was? Nein, nee, das meine ich nicht. Bist du grad da oben? Nee, ich bin hier grad beim Wasser. Warum? Maury? Ja, bei dem Wasser voll halt. Er hat Claudio abgeschafft. Maury? Du dumme Hure bist du einfach. Oh Gott. Einfach das größte Wasser. Alter, der hat mal da gekauft. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Also diese Lecks. Du weißt, der muss weg. Alter, Junge. Was ist das denn? Die Trago grad richtig für ein Huren, ey. Ich hab's das Gefühl, irgendeinem Plug-in leckt. Dann machst du das. Am welchen? Ich kann mir vorstellen, welches. Welches? Molesthoff vielleicht? Ja. Mach dich scheiße raus. Du 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 du. Ach. Roshy du Camper. Willst du bitte mal? Und jetzt noch saufen. Hey. Hey Olli. Mhm. Komm. Komm mal her. Ja gerne. Könnt ihr euch mal beeilen? It's time for mushrooms. It's time for dick sang. Kommst du her? Du weißt. Doch wo ich bin. Also von daher. Okay. Du bist so dumm. Ach schon, wieder nicht? Affekt dich, Alter. Was sind das für ein Ding eigentlich? Kannst du nicht. Serv töten. Kauft dir Mut und Mut und töte dich selber. Machst du die Tür auf? Oder so. Okay. Hat du mit der Konsole gekillt? Nee, ich hab gedisconnected. Flo. Zum fünften Mal. Du brauchst einen Coin da unten drin. Ich hatte noch einen Coin. Wenn ich mal Zeug kaufen konnte. Wenn ich mal Zeug kaufen konnte. Dann weiß ich nicht warum. Vielleicht brauchen wir zwei. Ey. Scheiße meine. Was? Was war deine? Ich glaub der Molotow. Ich hab dir meine Waffe geklaut. Kann das wirklich? Das war ich ja. Ich hab dir grad deine Waffe geklaut. Dafür muss er sterben. Ich glaub der Molotow die ganze Zeit leckt aber. Irgendwas leckt die ganze Zeit. Aha. Ganz übel sogar. Definitiv Serverlack soviel kann ich sagen. Ja. ok. Daher.. Oh mein God. Wasin? Ich hab schon wieder arg Fisch? ja ich bin runtergefallen ich bin dumm oh mein gott er wurde getötet wo ist er runtergefallen von dahin so vielleicht voll los geht voll nicht da gekocht er hackt hier um mein gott schicht schriftlieb hacker ja im wasser fliegen will auch hoch warum bist du traiter kannst du mal hier die tür öffnen für mich warum ja machen wir mal wenn du traiter bist ich kann da nicht drauf drücken kannst du wenigstens die tür machen doch nicht sein welche tür ich weiß gerade ernst was du für eine tür die tür annehmen der traiter nein du machst du nicht die chest hör auf keiner hört zu du warst eh schon tot ich hab den header gegeben und erst danach hast du gesagt schiko nachdem du ihn runtergeführt nein ich hab's gesehen doch das ist ne verzögerung da ist immer ne verzögerung drin du sagst erst what the fuck schiko natürlich ja das habe ich ja ach so ob ich geschossen hast und ich war nicht sofort tot du warst sofort tot weil ich hab mit noch starbaut auf den kopf geschossen ich hab mich nicht schön du hast mich auf dem rücken geschossen und ich hab zwei äh schüsse ich hab frosch ja eigentlich auch gekillt aber weil ich hab nur sogar mit einem headshot aber der ist jung gefallen wahrscheinlich durch die tegigen lecks durchs fenster durch natürlich alter ich klemm in der tür du musst die tür aufmachen ich krieg sie nicht aufmachen ich kann sie auch nicht aufmachen du kannst sie aufmachen so hammer buggy hammer buggy immer du bist dein buggy echt von der firma hammer alter um granaten zu werfen und unhilflich von dir das weiter weg maori ja ich heiße maori genau äh hast du es laut ok oh mein oh fuck das macht total dumm das macht total dumm ich wurde angeschossen ich wurde von hinten angeschossen und hab außerdem Frozen vor mir getötet hm hm warte oh mein Gott man das ist so super light so ne Witz man hm hm scheiße Frozen probiert grad nicht auszurasten m 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 不會 hau hallo ja hallo was soll denn es so oft gehen was wieso kannst du mich auch klar wenn ich in der wand stehe versteht das nicht gar nicht mal funktioniert irgendwo überhaupt nicht muss ich schon sagen schon mal dran gedacht dass vielleicht nicht drauf ist oder so die update hast du muss ich sagen dass dann nutzer nutzlos ist ja gilt er mich eiskalt mit zwar nichts leisten was gut wäre jetzt kommen schon ich schwere dir irgendwo nichts funktioniert so wie es soll heute immer drauf ich schwere dir nichts funktioniert ok wer waren jetzt eigentlich ich habe kein tag geht dich habe ich mit dem newton launcher abgeschossen dass du weg fliegst da habe ich aus reflex wäre er hast du weggerotten aber das war nicht mein ziel aber der newt launcher funktioniert einfach beinhart nicht eigentlich wollte ich dich wegschießen von der plattform du bist euch meter nach vorne das war du musst mit rechtsklick gedrückt halten da wird der schuss stärker er schießt einen schuss und dann kannst du nicht schießen für zehn sekunden ja ich weiß der hat ein delay gott junge erschreckt mir nicht so kommt man so schreit wird auch nicht lang gelaufen oder würde würde das ist der er glaubt die uns schon wieder da oben wie mag man was da ist der claude mit seinen namen er hat als Roshi die Faktor Prozent ich hab 30 Prozent großen warum die Schuhe ist Gründer und Gründer für die Externe mich hat ja ich habe ich eben so ein paar Anfüßungen in einer Besuch kommt der Drucker er wird nur zu sein eine WP kaufen. Ja, ne, ne, ist okay. Roger? Warum kriegst du mal bei mir? Was denn? Findest nicht. Bämings, das ist meine Hülle, wenn du hier reinkommst, knall ich dich hab. Oh mein Gott, Mann. Tat's weh? Ich hab dich um bloß fein geholt. Ja, tat weh, weil ich kann mein Leben haben. Oh mein Gott, Alter. Warum auch so rumzulecken? Oh mein Gott, Alter. Immer schön Shikoya noch sagen, nachdem man draufgegangen ist. Cloud. Jetzt mal im Ernst. Tart denn da so lang. Nichts funktioniert, ich sag's dir. Nichts funktioniert. Was hat Claudio gemacht, Mann? Ohne Witz. Bei mir bist du noch das Leben lang geführt, um ehrlich zu sein. Nee, jetzt mal ohne Witz. Hat Claudio nicht grad versucht, die Hülle abzuschießen? Nein, er hat dich confirmed. Oh mein Gott, meine Fr... Nee, sowas kann man doch nur sauer werden, Mann. Nee, du kannst dabei sauer werden. Natürlich! Ich find's obligierend. Natürlich! Oh shit. Schwerter Shotgun aus der Entfernung, nicht wahr? Das ist jetzt alles daneben. Er ist noch beruhig. Außer dem letzten Schuss. Ah! Hm! Ich lasse leider nach. Das war wahnsinnig. Wahnsinnig geil. Flurchen? Boah, natürlich. Nice. Flur hat's richtig hingeguckt wurde und bei meiner Leiche noch ne volle AWP liegen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das Ding ist nur, ich kann confirm was ich will. Das steht erst 5 Sekunden später bei confirm. Ja, dann ja auch. Voll nervig, Alter. Warum gab's denn Garry's Mod-Update und das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, mir geht's grad nicht anders. Ich glaub, dass es ein allgemeines Garry's Mod-Update gab und deswegen sind die ganzen Plugins irgendwo grad so halb im Arsch. Alter, es leckt echt nur rum. Nee, Junge, das leckt rum wie so ein Scheiser. Hallo. Hi. Äh, hallo, hallo. Oh, guck mal. Ich hab scheinlos geschossen. Irgendwo oben, glaub ich. Ja. Ja. Oh Mann, die Treppen funktionieren jetzt auch nicht mal so, wo wir jetzt sollen. Boah, Cloud, verpiss dich, Alter. Was machst du da oben? Oh, sowohl macht Schauts aus. Lol. Meine Fresse. Weiß was. Leck. Leck. Nicht, Junge. Also, ich bin ja schon mal safe, würde ich sagen. Was mit Kentucky? Hä? Wo waren die denn? Ja, und die sind... Ich hab von... Ich hab von... Ey, Junge, wer knallt mich denn jetzt ab an? Was soll denn die Scheiss? Das war so random killing. Das war nicht random. Warum? Der Oli hat extra noch gesagt, Kentucky is is. Weil Oli, als du ihn getätet hast, hat er gesagt, Luca is is. Ich hab nicht gedacht, dass ich das gehört hab. Ey, ich hab das gehört. Nur ich sag nichts darüber. Ja. Das... Okay, dann war's echt kaum ein. Hey, ist aber okay. Sag's doch. Wenn du's nicht gehört hättest, dann besser. Ich hab die ganze Zeit nach dir gesucht, Alter. Aber ich hab dich nicht gesehen. Und Maury wurde sehr schlau. Er springt erst mal vom Haus. Nein. Ich bin durch den Leck. Mann, wer hat eigentlich auf mich gefeuert, Alter? Von unten. Soll es. Was? Ih, dann wollen wir nicht mal mehr Trader umbringen? Ne, dürfen wir nicht. Dein, ich stehe mitten auf der Leitung. Weil runterkrieg Schaden. Fakt ist lautschig. Was? Na, bist du Trader? Was klappt? Willst du im Weg, Trader, oder tust du's einfach? Nein! Froschi! Oh, ne, mal hier. Sagt der, während ich vor Cloud stehe und wir hier ganz gechillten paar Waffen suchen. Ja, ich wollte nur, ich wollte nur mal Claudio testen, aber er schießt da nicht. Ich werde mal dann ... Was wolltest du testen, wie ihr da ja eigentlich geht oder was?! Carlo, das hat Herrihat getötet. Florio, sch chern Wentker bin. Kein Wunder geht das nicht mal! Sicher geht das, aber nur wenn und da wirklich verdreit ist. Ka NIle geschenkt man Impossible, Claudia. Wenn man das muss, was ich Name tust, Hauper, Claudia! HaIy, Cloudio, Claudio. Hey Reconnaptions. Oh, hey Lucharinona. Hättest du bitte ein bisschen Abstand? Luca, 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 Luca. Luca, Luca, Luca. Geh mir nicht auf den Sack. Bisch mich Digga. Sonst ist der Luca. natürlich finde ich das aber ich habe ich mehr oh mein gott das ist nicht das war jetzt das zweite mal ja aber du wärst so oder so gestorben weil du reingezogen wurdest hey hey klaus hier komm her Luca war safte minus eins hast du gerade auch nicht geschossen nein habe ich nicht doch nicht ich habe doch nicht auf dich geschossen auch hier ist Luca geil dass mich Froschi tötet aber klau dir mal wieder nix weg weil er seinen kopf einfach nicht einschaltet man weil er wieder seinen kopf aufs Standort einschaltet voll cool hat er die Tür, haben die beide eingesackt die Tür ist super schwul Frozen und Luca Junge ich geh nicht gleich wieder wenn ich dich seh in die Küken kann man aber diese reine so gut da bist du doch nicht der ist wenn du es machst aber ich habe oft nicht geschossen wenn du Dachst es zu flühen warum also nicht schossen beim twee boh auch Potter aber für die Art von Rödem wasser und geradeauschal wird Was war das gerade? Ich hab reingefassen und das Ding ist explodiert. Ich schlage dich nicht, ich schubse dich. Ich schubse dich jetzt. Das macht's besser. Ich schubse dich jetzt von der Klippe, Junge. Oh, fass ich so runter, wir slided, Junge. Ah, was, wer? Nicht mit Linksklick, du. Ich weiß, aber ich wollte dich unbedingt hauen. Mit Linksklick? Ja, nicht mit Linksklick. Da hat übrigens einer ne Waffe heraußen, also hier... Frozen hat, glaub ich, vor und zum Zweck. Was, nein, ich hab dich nur ange... Ich bin angesossen, meine Fresse, Mann. Da schlägst du mich mit der Cro... Ah. Oh mein Gott, Frozen ist a spalling. Frozen ist... Frozen ist... Alter. Dann kommt Film. Ich will grad, ich... Er war innocent. Siehst du? Ah. Okay. Oh nein. Siehst du? Frozen ist... Frozen ist... Äh, nicht... Innocent. Äh, Flo, wo bist denn du eigentlich gestorben? Äh, ich bin grad verwirrt. Wer ist es? Ja, drei Innocent sind so. Oh gut. So viel ist confirmed. Drückt hab, dann willst du es. Äh, Pengung. Ihm nicht. Ihm ist ja nicht rot. Von euch. Es sind drei Leute nur noch am Leben. Denk, 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 denk. Wer ist denn? Es sind zwei, aber wer ist es denn von euch? Ich hab keine Ahnung, wer ist es. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wo ist der? Hast du ihn eh gesehen. So, nochmal ein Traitor ist tot. Ah. Du warst es! Du bist innocent! Ja. Du legst Lokal, wenn du so übelst, trocken sagt er noch so. Nein, ich war nicht. Äh, nicht Illocent. Ja, ich hab auch gedacht, weil du so übelst kalt Luca umgelegt hast. So, pff, siehste? So Freilachdrichter so, siehste? Ich bin Traitor. Aber ne. Wo hast du mich umgelegt? Ich habe einfach, also... Beste, äh, Traitor-Kollege. Das was big random, man. Tja, die Traitor haben das Beste gemacht. Da haben wir gewartet, bis alle anderen tot waren. Wir haben genug Zeit gehabt. Ja. Lass mal weh. Kein Stress, nicht wahr? Ich war froh, dass es noch nicht losgegangen ist, oder? Hey, äh, Luca, Luca, bitte schieß wie ich jetzt nicht auf. 500 Karma. 576, Junge. GG, Alter. Ist aber knapp. Raus, gehst du mal bitte ein bisschen zur Seite. Was ist denn, ey, was ist denn die Grenze? Ne, das müssen wir auch nicht durchschließen. Äh, irgendwas unter 500 oder 300. War vorher, bevor es losgegangen ist, Alter. Und, äh, wie viel, äh, und, oder wie, wie lange wir, wir dann gebannt? Ich glaube, du hast auch noch gekickt. Ah, gekickt? Okay, okay. Dann YOLO. Ey, was machst du? Luca, Luca, fick dich. Du bist so ein Traitor. Weißt du, du Volli? Scheiße, random killer. Oh, mein, Magen. Book is scary skeletons. Vinchiva's na peut Und mu' Please Go, boy. Hat da ta 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 oder sonst geht's doch gut Flo, ne? Ne, überhaupt nicht. Was mit Maurier los? Ist der am Leben? Ist der tot? Ist der tot am Leben? Ist der ein Zombie? Ich hab keine Eier genommen. Ich hab grad gedacht du hast keine Eier? Ja, hab ich auch gedacht! Hast du mich gerade durch die Wandern geschossen? Nein! Du schießt auf mich, also schieß ich zurück! Nein, also schick... Ich hab noch nicht... Oh was du, ich kann nicht sehen, Alter! Ich bin nur schwarz und drüber! Maury bars! Warst du jetzt gerade unsichtbar? Alter Maury bars, holy shit! Ich hätte gar nicht, ob das erst wär! Hab ich einfach so random abgeschossen! Dann bin ich sofort gestorben! Auf der Map ist es zu dunkel für TTT, ich seh mal, ich seh ja nicht mal die Leute, wenn sie draußen stecken! Ja, du ist schon! Du hast auf der Bildschirm zu dunkel! Mein Bildschirm ist auf maximaler Sättigung, Alter! Na, das ist ja das Problem! Das heißt, Farben kommen besser raus, wenn sie anders sind, Alter! Ja, die kommen vielleicht besser raus, aber dadurch wird auch die Dunkelheit gestört! Hast du gesagt, ich war nicht so ne Scheiß und schieß mich ab! Du hättest dich aber heilen können! Das ist das Gegenteil, Alter! Hm, vielleicht hab ich das gemacht? Ja, also, dann hol mal nicht so rum jetzt! Trotzdem, das ist random killing! Sorry, ich hab doch gesagt YOLO! Ja, YOLO! Sorry, ich hab doch gesagt YOLO! YOLO jetzt, wir dürfen dich erst sofort töten, oder was? Nee, guck mal, komm mal hierher! Ich hab ja gefragt, ob man gekickt oder gepasst hat! Hast du hier, hast du gesagt? Man wirklich, da hab ich gesagt! Mit dem Wasser? Ja, hier auf der Seite zeigt das Wasser durch das Ding, das da und da drin! Und da hab ich gesagt, oh, da ist mein Maubi! Ich find's witzig! Witzig! Ich geh, jetzt wird um meine Spielkiste! Viel Spaß! Hä? Äh? Ja, Street-Eye geht da hinten rein! Achso! Kannst du gerne mitkommen Flo? Kann ich dir zeigen, dass ich in die Kiste steigen kann! Cool! Wer auch mitkommt? Kann auch in die Kiste steigen! In Binding of Isaac, zumindest! Ha 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 ha! oh mein gott es leckt wie eine nutte man es lächelt wie gedruckt soll ich leckte die leckt und ich bin auch am leichter und falls jemand suchen will ich erst nicht so schön bevor ich so was ich würde gerne super cloud und kommen firmen aber ich habe die karte hingeworfen bist du darunter gelaufen wo sollte ich wissen dass du gerade die leiter benutzt ich habe ihn gerade aus versehen getötet weil ich habe eine insidio muss ich draußen umlegen danke ich bin ja nur wenn er den trader getötet das gehe ich immer mal davon stark davon aus dass du das bist auch so wie hat man wieder auf könig gespielt und hat als traiter sein traiter gekillt also ich will ich nicht wie kannst du schreiben okay ich drückte mich auf so kurz entfernen das ist die engine also ich heiße und schuldigung klar und das wohl nicht mit absicht nach maurie zum dritten mal nicht so gekillt hochgekommen drückt nicht immer noch eine bewerfung abgeben für die map okay ich heiße mich lego hier kakariko und so pack team room team room team room groß